Hier präsentieren wir die 5 besten Akkulaubsauger. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Mit seinen hohen Blas- und Sauggeschwindigkeiten kann der Gritzly-Akku Laubsauger als 4025 nur auf dem Papier überzeugen. Viele Nutzer berichten, dass die Saugleistung deutlich geringer ist, als die technischen Angaben. Vermuten lassen, als eines der wenigen Geräte mit 40 Volt Leistung haben. Sich viele Käufer mehr von dem Gerät versprochen. Insbesondere feuchtes Laub macht dem Gritzly-Akku 4025 schwer zu schaffen. Er verstopft leicht und ist anschließend nur mit großem Aufwand zu. Reinigen. Ein Blick in die Bedienungsanleitung offenbart, dass das Gerät nicht für nasses Material geeignet ist. Nummer 4. Der Black Plus Decker Akkulaubbläser und Sauger GWC 3620 ist durch den kleinen Fangsack und das geringe Häckselverhältnis 7-1 für geringe Laubmüngen und kleine Grundstücke geeignet. Käufer sollten sich vor der Wahl bewusst machen, dass dieses Gerät deutlich weniger leistungsfähig ist, als die vorgenannten Modelle in diesem Vergleich. Durch die reduzierten Leistungsdaten ist der Black Plus Decker Akkulaubbläser und Sauger GWC 3620 leichter und handlicher als viele vergleichbare Geräte. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer List Nummer 3. Mit einem Preis von unter 100 Stand 15.08.2018 ist der ein hell. Laubsauger GWC 36 Lee Solo Power X Gange das günstigste Gerät im Test. Hochgelobt werden vor allem sein gutes Preis-Leistungsverhältnis und die hohe Saugkraft von 12 M-min, da sich das relativ geringe Gewicht von 3,38 kg gleichmäßig auf die großen Führungsräder verteilt. Ist auch für längere Einsätze kein großer Kraftaufwand erforderlich. Neben dem geringen Gewicht fällt das Gerät außerdem mit einer akzeptablen Lautstärke von 92,68 dBA positiv auf, während die lange Akkulaufzeit. Ebenso zum guten Gesamteindruck beiträgt, hat das Gerät einige kleine Schwachstellen. Nummer 2. Mit 3,9 kg Gesamtgewicht ist der Greenwalk Stolz Akkulaubbläser und Sauger 24227 das leichteste Gerät im Vergleich. Gleichzeitig ist dieser Sauger auch einer der leistungsfähigsten mit 40 Volt Stromspannung bringt. Ist der Greenwalk Stolz Akkulaubbläser auf bis zu 280 km Schrägstrich h Luftgeschwindigkeit. Laut Nutzeranaben sorgt dieses Modell auch große Blätter, Kiefernadeln und sogar feuchtes Laub. Sehr nasse Blätter sorgen vereinzelt jedoch für Verstopfungen. Das Lüfterrad ist aus Kunststoff gefertigt, erscheint den meisten Nutzern jedoch als ausreichend robust und wird selten bemängelt. Und die Nummer 1 unserer Liste. Der Rubia BV 36B ist der einzige Akkulaubsauger im Vergleich, der über ein Lüfterrad aus Metall verfügt. Entsprechend gut werden Haltbarkeit und Standzeit von den Käufern bewertet. Mit einem einfachen Handgriff lässt sich die Funktion des Gerätes mühelos von Laubsauger auf Laubbläser umschalten. Die Leistung des 36 Volt Akkus erzeugt dabei einen Luftstrom mit einer Luftgeschwindigkeit von bis zu 235 km Schrägstrich h. Mit 45 Liter Volumen ist die Kapazität des Fangsacks ausreichend, um einen kleinen oder mittelgroßen Rasen von Laub zu befreien. Reißverschluss und Nähte werden bei diesem Gerät durchweg als gut bewertet. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.